Okay, folgendes ist passiert. Ich war vorhin unterwegs, bin ein bisschen durch die Stadt getuckert, hab kurz beim guten Hans vorbeigeschaut, der hat mir dort eine LED-Tube-Light abgeholt, die aber ein paar krumme Deals für uns organisiert hatte, bin heimgedüst, hab kurz damit rumgespielt, im Anschluss noch ein bisschen gearbeitet, als plötzlich das Telefon klingelte. Zentrale hier. Ob ich Lust habe, eine noch nicht angekündigte, streng geheime, brandneue Kamera von Panasonic zu testen? Äh, lass mich nachdenken. Ja. Gut, zehn Sekunden googeln später, hab ich dann festgestellt, ganz so geheim ist die Sache doch nicht mehr. GH5 Mark II? Echt jetzt? Echt jetzt. Ich pack jetzt meine sieben Sachen, zieh mir noch kurz einen Stick durch die Nase, hüpfe da noch rüber zur Tailtec und hoffe, dass es kurzzeitig mal nicht regnet, aber es sieht gerade ganz gut aus, um mir anzuschauen, was Panasonic da jetzt eigentlich gebaut hat und vor allem, warum es nach vier Jahren nochmal eine GH5 Mark II gibt und nicht einfach gleich eine GH6. Habt ihr Bock? Dann auf geht's! Gerade eben ging die Welt noch unter und jetzt ist plötzlich schönster Sonnenschein, aber etwas windig und Flugzeuge, entschuldigt bitte. Ich bin gerade auf dem Weg zu Tailtec, die sitzen praktischerweise in derselben Straße und die haben jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die GH5 Mark II für einen Tag ausgeliehen bekommen von Panasonic. Und ja, Jessie hat mich angerufen, ich darf mal vorbeikommen, darf sie mir auch mal anschauen und vor allem hoffentlich gucken, für wen diese Kamera ist und warum, weil so viel kann ich verraten, eine GH6 wird es auch geben, die ist auch in diesem Zuge angekündigt worden, kommt aber erst im Laufe, ich glaube, dieses Jahres raus. Naja, und dann zwei Kameras in einem Jahr aus der gleichen Produktlinie, das wirft schon Fragen des ganzen Warum und Weshalb auf. Ich werde der Sache mal nachgehen. Danke. Okay, und das ist sie jetzt. Und sie sieht aus wie die GH5. In der Tat. Sie heißt nicht ohne Grund, würde ich jetzt sagen, GH5 Mark II, weil gemäß des Specsheets, was wir jetzt lesen konnten, ist es eigentlich eine GH5, die an vielen Stellen leicht verbessert wurde und einen bestimmten neuen Fokus hatte. Und zwar das Livestreaming. Genau, also die ist jetzt so gestaltet und da muss ich es mal helfen, du hast schon ein bisschen mehr gelesen, die ist quasi, die Kamera kann drahtlos direkt aus der Kamera streamen, wenn man nur ein Handy hat, oder? Nee, du kannst es mit Router, aber halt auch mit dem Handy machen. Da gibt es die App, oder da gibt es die Lumix App und dann kannst du mit der Kamera einen Wi-Fi generieren und dann über das Handy quasi als LTE-Stick sozusagen dann eben Livestream. Mittlerweile sind jetzt einige Momente vergangen. Wir haben uns mit der Kamera etwas vertrauter gemacht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, da ich ja aktuell kein Panasonic-Nutzer bin und ich glaube, das letzte Mal eine GH5 vor über einem Jahr, es war kurz vor Corona, für einen Dreh geliehen hatte. Jetzt sind wir gerade kurz daran gescheitert, dass der Autofokus im Videomodus aus irgendeinem Grund nur dann zur Verfügung steht, wenn eine Speicherkarte drin ist. Warum auch immer, vielleicht haben wir auch eine Einstellung vercheckt. Also, interessant ist, für mich jetzt gefühlt, nachdem 2020 jede neue Kamera-Einkündigung ja richtig reingehauen hat, also wir hatten die R5, die A7S III, die 12K von Blackmagic, also wirklich jede dieser Kameras war irgendwie, BÄM, ein Knall bei der Ankündigung. Und dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Also ich habe ja schon einen Blick auf die Sigma FPL geworfen, wo meine Hauptfrage war, für wen diese Kamera eigentlich ist. Und ich glaube, ein Stück weit kann man das bei der GH5 II auch fragen. Und ich denke allerdings, dass die Sache hier ein bisschen eindeutiger ist. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube nicht, dass Panasonic diese Kamera von langer Hand geplant hatte. Ich glaube, sie haben ein bisschen auf den Zeitgeist reagiert, weil Streaming insbesondere seit Corona natürlich ein riesiges Thema ist, weil es bei Firmen zunehmend ein Thema wird. Und deswegen würde ich schätzen, dass sie bei sich im Portfolio geschaut haben, was sie halt quasi haben, auf die GH5 gestoßen sind, weil die in puncto Hitzemanagement und so weiter und von den technischen Daten halt vor vier Jahren schon super war und sozusagen diese gepimpte Variante rausgebracht haben. Verbessert, das hatte ich ja schon gesagt, ist der Autofokus, der Bildstabilisator, Details am Sensor, das konnten wir jetzt im Hands-On bisher noch nicht so wirklich testen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, gucken mal gerade in Bezug auf diese zwei Sachen, was sich da getan hat, insbesondere, weil beim Autofokus Panasonic halt bisher nicht so der King war und stellen das mal auf die Probe. Krass, so viele Kisten, da fällt es doch bestimmt nicht auf, wenn meine fehlt, oder? Oder sind die abgezählt? Ah, schade. Jetzt wird es hochwissenschaftlich. Wir haben jetzt mal die GH5 II und eine A7S III, beide auf Stative gepackt, machen einen Autofokus-Test. Völlig unterschiedliche Preisklasse, anderer Sensor, also völlig unsachlicher Vergleich, genauso wie ich es mag. Aber die A7S III ist halt eine gute Referenz für den Fokus und mal schauen, wie die GH5 II da jetzt mithält. Oh ja, krass, aber es erkennt dich komplett mit dem ganzen Körper. Das ist natürlich bei dem Sonnenlicht schwer zu beurteilen, aber zumindest so von den Linien um Gesicht und Körper hat die Kamera das eigentlich nie verloren. Das scheint mir jetzt als jemand, der nicht so super erfahren ist mit Panasonic Kameras, ein Riesen-Upgrade gegenüber früher zu sein. Zumindest gegenüber dem GH5, mit dem ich gedreht habe. So, jetzt mal der ultimative Vlog-Test, quasi meine Handhaltung. Bildstabilisator macht mir einen sehr guten Eindruck, gerade wenn ich laufe. Der war schon bei der GH5 I ziemlich gut. Die habe ich aber leider zu selten ausprobiert, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, das hat massiv Gewicht, diese Aussage. Aber von dem, was ich hier gerade beurteilen kann auf dem Display, echt eine sehr saubere Leistung. So, wir haben jetzt scheinbar gerade wirklich das einzige Fenster heute erwischt, wo es mal zuverlässig schön war, weil jetzt gerade, man hört es vielleicht, regnet es auf jeden Fall wieder. Aber egal. Autofokus und Image-Stabilizer-Test, meinem Gefühl nach ist der Autofokus ziemlich gut gewesen. Es ist immer schwer, das jetzt so irgendwie aus dem Auge zu vergleichen. Wir haben eben einen Blick auf das Material geworfen, aber es ist ja jetzt wirklich nur ein grobes Hands-on. Aber zumindest, was die Zuverlässigkeit der Erkennung betrifft, die war verdammt gut. Also die Kamera zeigt immer um Personen oder auch Köpfe herum so einen Rahmen an, sodass man ziemlich gut sieht, ob die Kamera eben eine Person sieht. Und das war wirklich zuverlässig. Und auch auf etliche Meter Entfernung hin hat das Ganze funktioniert. Und selbst wenn jetzt mal jemand aus dem Bild draußen wieder reingegangen ist, war die Erkennung wirklich blitzschnell da. Der einzige Punkt, wo ich jetzt gemerkt hatte, dass sie sich mal gefühlt einen Moment mehr Zeit genommen hatte, war wirklich bei einer schnellen Annäherung an die Kamera ran. Das ist ja auch so der absolute Stresstest für jede Kamera. Da war jetzt mein Eindruck, dass die Nachführung nicht ganz so schnell war, wie ich es zum Beispiel von der A7S III gewöhnt bin. Das hier ist übrigens jetzt mal die GH5 II und die GH5 I. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also die Teile sehen sich tatsächlich verdammt ähnlich. Und wir sind jetzt nicht mit dem Zollstock rangegangen, aber ich würde sagen, das Gehäuse ist eigentlich praktisch identisch. Der Aufnahmeknopf sieht anders aus. Schicker, finde ich. Ansonsten glänzt es ja vielleicht auch einfach nur ein bisschen mehr, weil sie neuer ist. In der Grunde genommen, die Benutzerbedienung ist absolut leicht. Das Menü ist minimal anders, aber immer noch sehr typisch Panasonic. Ein paar Punkte sind hinzugekommen. Und ansonsten Dinge wie beispielsweise das Vlog-Update, was bei der ersten GH5 noch kostenpflichtig war, ist hier halt drinnen 10-Bit bei 4K 60, was bei der ersten nur in 8-Bit ging. Aber ihr merkt schon, das sind so ein bisschen marginale Verbesserungen. Also an allen Ecken und Enden ein bisschen Politur betrieben. Aber die wesentliche Neuerung ist halt das Streaming. Also in der App steht jetzt hier, du gehst einmal auf das Handwerkersymbol. Ja. Also eins drüber. Ach so, das ist kein Handwerkersymbol, das sind Schraubenschlüsse. Ich weiß, mir ist noch nicht das Wort eingefallen. Und dann auf Bluetooth. Pairing? Ja. Ja, jetzt sollen wir das registrieren. Prüben. Kopf. Boah, funktioniert auf Anhieb. Ach, das stellt ja scharf. Nee, tut's nicht, stellt nur auf dein Gesicht scharf. Haha, scheiß Gesichtserkennung. Füllt sich der Balken auch? Das dauert noch kurz. Scheinbar. Scheinbar dauert das noch. Ähm, du. Das dauert ganz schön lang, ne? Weiter, äh, Gesichter verdeckt. Registrierung wurde nicht abgeschlossen. Eine Verbindung mit den Zögernspunkten herstellen, der unten. Also immerhin kann ich sagen, dass die Kamera komplett dauerhaft unendlich lange über Strom betrieben werden kann. Genau. Ja, das ist tatsächlich, das kriegen selbst die neuesten Sonys nicht hin. Aber leider. Die entladen sich zwar sehr, sehr langsam, aber sie entladen sich. Und die hier tut's tatsächlich überhaupt gar nicht. Man könnte zwar unendlich lange streamen, wenn die Verbindung funktionieren würde, aber das tut sie nicht. Wir warten mal schön. Und Verbindung hat finally geklappt. Ja, endlich. Das heißt, jetzt können wir streamen, nur mit Handy. Und zwar, also, ist auch nicht verbunden, ne? Die sind komplett, oh mein Gott. Die Kamera sind. 20.021, ein komplett drahtloses Stream. Jetzt müssen wir es nur noch wirklich probieren, auch zu streamen. Weil das ist jetzt einfach nur die App, die kennt man ja schon. Also, ich nicht. Aber man kennt sie. Scheinbar. Und da kannst du auch andere Dinge machen, wie Fernaufnahmen. Ja, mit dem Streaming-Test könnte es schwierig werden. Wir versuchen jetzt schon seit einer Weile, das Ganze hier hinzubekommen. Naja, die Kamera ist eine Vorab-Version, also läuft nicht. Ne. Ich glaube, man sieht mich nicht. So jetzt. Also, es fährt einfach nicht. Wir wissen nicht, wo genau das Problem liegt. Aber laut Panasonic ist es auch so, dass das vielleicht auch auf der App noch gar nicht funktioniert. Also, dass es erst jetzt im Laufe der nächsten Wochen kommt oder dann mit dem Release. Und ich glaube, in dem einen Blatt stand auch drin, dass es nicht mit Android-Handys momentan geht. Und nur mit iOS-Handys, aber nur mit iOS-Handys bestimmter Version. Also, es ist noch ein bisschen anspruchsvoll, wie gesagt, Vorab-Version. Und ein bisschen schade, weil eine als Streaming-Kamera angekündigte Streaming-Kamera, deren Streaming-Funktion wir jetzt nicht testen können, dann muss ich es in dem Moment wohl dabei belassen, zu sagen, dass es gehen soll. Und die Ankündigung, dass man natürlich nichts außer der Kamera und sein eigenes Handy braucht, um drahtlos von überall streamen zu können, ist, ich habe es gesagt, glaube ich, für viele interessant. Glaube ich für alle Leute, die eben diese schnelle Mobilität haben wollen, aber gleichzeitig eben kein Setup aufbauen. Also, ich denke schon, dass es dafür einen Markt gibt und ich glaube, wie gesagt, ist das, wenn dann die Hauptkäuferschicht für diese Kamera sein kann. Ich glaube, wir tüfteln jetzt noch ein paar Minuten rum, vielleicht kriegen das ja noch einen Start, aber Stand jetzt belasse ich es erstmal bei dieser Information. Tja, also, wir haben es nicht geschafft. Das Streamen hat nicht funktioniert. Ich schiebe es mal wirklich darauf, dass das jetzt eine Vorab-Version der Kamera ist. Vielleicht ganz kurz an der Stelle, also anhand des Datenblatts, was wir gelesen haben, es gibt zwei Möglichkeiten zu streamen. Entweder über diese Lumix-App, das heißt dann wirklich Kamera drahtlos ans Handy dran und raus, oder man kann wirklich eine Konfiguration, eine Streaming-Konfiguration mit Schlüssel und so weiter auf die SD-Karte packen, in die Kamera rein und dann kann die praktisch direkt wirklich über den Router einfach streamen. Ich glaube, das ist schon eine ziemlich coole Option, gerade eben für Leute, für die Livestream wichtiger wird und die eben, ich glaube, für Leute, die so ein bisschen an der Schwelle sind. Die ist nicht professionelle Streamer, professionelle Streaming-Anbieter, aber eben solche, die schnell mal von unterwegs was machen wollen, was man vielleicht bisher mit dem Smartphone gemacht hat. Und dann ist natürlich jetzt irgendwie so eine Micro Four Thirds Kamera schon ein sinnvolles Upgrade in der Qualität. Naja, ich hatte schon ein paar Mal durchsickern lassen, es gibt oder es wird aber auch eine GH6 geben. So, die ist jetzt auch, ich glaube, heute angekündigt worden. Sie wird angekündigt worden sein, wenn ihr dieses Video seht. Und über die Kamera ist noch nicht wirklich viel bekannt, außer, dass es ebenfalls eine Micro Four Thirds Kamera sein wird, dass sie 4K 120 kann in 10-Bit, wie es in der Mode ist, und dass sie 5,7K auch interne 10-Bit-Aufnahme beherrschen wird, plus weitere Sachen, die Stand jetzt noch nicht bekannt sind. Also es ist nur eine Ankündigung, dass sie kommen wird. Genau dieser Punkt, finde ich, gibt dem Ganzen aber so ein bisschen ein Geschmäckle. Denn ehrlich gesagt, die Kamera ist total gut. Die GH5 war schon total gut und die hier hat ein paar kleine Upgrades, jetzt auch 10-Bit bei 4K 60. Wirklich ein besserer Stabilisator und Autofokus. Das sind Baustellen, die teilweise nicht mal einer Verbesserung bedurft hätten, aber im Falle des Autofokus eben schon. Und die diese Kamera zu einer total guten machen. Aber sie wird halt trotzdem auch knapp 2000 Euro kosten, etwas unter 2000 Euro. Und das mit dem Wissen, dass gegen Ende des Jahres die GH6 kommt. Ich glaube, für Besitzer der GH5 ist das wahrscheinlich nicht so relevant. Ich glaube, alle Enthusiasten warten eher auf die GH6. Ich glaube, wer wirklich dieses mobile Streamen jetzt braucht, für den kann das eine richtig gute Option sein. Alle anderen, gerade auch in Bezug auf den Preis, ich würde es auch tun, werden vermutlich erst mal abwarten. Und so bleibt das hier für mich. Eine Kamera, die, wie gesagt, in der Summe all ihrer Funktionen eigentlich nichts falsch macht, weil sie total gut ist. Aber vom Marktsegment her ihren Platz finden muss. Aber das ist meine Meinung. Ich meine, was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut, dass Panasonic zur Vollformatlinie auch noch sein MFT-Setup pflegt? Ich persönlich auch schon, aber ich brauche mir keinen eigenen Kommentar hinterlassen. Von daher schreibt ihr es gerne mal in die Kommentare. Und der schönste Kommentar, der gewinnt diese Kamera hier. Was? Nee. Achso, keine Verlosung? Nein. Okay, also der schönste Kommentar kriegt maximal ein Herzchen. Ansonsten danke ich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck geben über die Kamera. Mehr war es noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video dann wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dahin, macht's gut und ciao.